Dann haben meine Frau und ich, haben uns dann den Spaß gemacht, haben mir dann mal so ein Ironman-Kostüm da bestellt, so ein Ganzkörper-Body-Anzug war das. Ja, und den habe ich dann mal übergestreift und bin dann da zu Hause mit meinem Sohnemann rumgelaufen und dann sind wir da über die Couch gechappt. Mir ändert sich das ja demnächst zum Glück, aber wie gesagt, wenn jetzt jemand zuhört, der vielleicht was hat für Lindsay, sehr gerne melden. Lindsay ist immer auch Familie sehr willkommen. Dann war es auch noch so, dass wir im Trainingslager auf dem Zimmer waren, noch im Diensten des SVS und einfach auch mal so ein bisschen gewitzelt haben, wo könnte es denn hingehen, weil wir uns generell auch gut so verstehen neben dem Platz. Da haben wir gesagt, das wäre doch was, wenn wir irgendwo vielleicht zusammen unterschreiben könnten, wenn wir irgendwie das Ding zusammen fortführen könnten. Dann muss ich zu meiner Verteidigung sagen, dass ich ja seit fünf Wochen aus dem Koffer lebe und die Auswahl jetzt auch nicht ganz so groß ist, aber es wird zumindest zwischendrin gewaschen.